So, wir sind jetzt mit Livia am Flughafen, sie weiss nicht wohin, dass es geht. Ähm, ich habe jetzt gerade ein neues Cancelling Kopfhörer. Dann muss ich dir wahrscheinlich die Augen zumachen, weil es geht noch. Wo geht's morgen heute? Ich weiss nicht. Das ist so weiss. Irgendwo hin. Ich habe meine Rucksäcke eingepackt. Ich weiss aber nicht, was ich mache. Ich habe mich einfach eingepackt. Vielleicht auf Dublin. Vielleicht auf Hamburg. Vielleicht auf ... Keine Ahnung. Rotterdam. Liga. Keine Ahnung. So, jetzt sind wir mit Livia unterwegs. Das ist ein Schlaufer. Das ist ein Schlaufer. ... 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